Die Kirche Die Männer in Rot-Schwarz, hier auf Fleischhauer, LGA in Frankfurt. Frankfurt ist bereits an Dennis Wald vorbei. Es sieht locker aus, es sieht gut aus, was der Frankfurter hier zeigt. Jetzt muss er nur noch durchziehen. Riesengroßer Vorsprung von hier auf Fleischhauer. Und wir hier unten reißen die Sieber. Und wir hier unten reißen die Sieber.